Leute, herzlich willkommen, Bauern78 Television heute wieder für euch. Heute geht es mal los mit den Winter-Life-Hacks. Ich zeige euch Tipps für den Winter, wie ihr gewisse Sachen in eurem Wohnmobil am besten machen könnt. Wie gesagt, es sind Tipps, das sind meine Erfahrungswerte, die ich im Laufe der Zeit gesammelt habe. Das heißt ja, dass ihr das genauso machen müsst. Denn viele von euch, die gehen zum Beispiel im Winter Skifahren, befinden sich voll im Schnee, gehen voll im Schnee wandern. Ihr wisst selber, wenn man viel draußen unterwegs ist, mit dem Wohnmobil irgendwo auf dem Campingplatz unterwegs ist und geht dann irgendwann in den Bergen wandern oder fahrt Ski, wenn man am Abend nach Hause kommt, ist die ganze Wäsche feucht. Und im Wohnmobil hat man natürlich, also die meisten Wohnmobil, würde ich mal sagen, hat man natürlich keinen Wäschetrockner dabei. Und wie ihr diese Wäsche und Skianzug, Schneeanzug von den Kindern und so weiter und so fort, wie ihr das in eurem Wohnmobil einigermaßen schnell und sauber wieder trocken bekommt, ohne Großkosten zu verursachen, das zeige ich euch in dem Video. Wenn euch das interessiert, dann bleibt es dran. So, jetzt sind wir hier bei mir im Wohnmobil zum ersten Winter Lifehack, zum Tipp, den ich euch zeigen will. Es kommen jetzt mehrere genau solche Videos mit Tipps für die kalte Jahreszeit. Ihr wollt eure Wäsche im Wohnmobil trocknen, ihr kommt von euren Autoaktivitäten nach Hause, ihr seid komplett feucht, nass, dreckig. Wie bringe ich jetzt meine Wäsche über Nacht, meistens geht es über Nacht am besten, am besten trocken? Ihr braucht erst einmal eine Art geschlossene Kammer. Seht ihr jetzt hier meine Dusche, das ist schon einmal ein Vorteil, also eine Sache ist schon einmal da, das ist das Fenster oben, der Abblasster, wo die Feuchtigkeit nach draußen ziehen könnte. Leider habe ich hier unten keinerlei Wärmeaustrittstüsen. Ihr braucht am besten eine geschlossene Kammer mit einer Wärmeaustrittstüse von der Luftheizung unten und oben eben ein Fenster. Bei den Kastenwägen, die haben meistens hier in der Mitte das Bad, da ist das Ideal, da ist die Dusche mit drin, da ist das Klo mit drin, die haben meistens unten eine Luftaustrittstüse von der Heizung und oben drüber ein Fensterchen. Also die Dusche ist jetzt hier bei mir im Etrusco schon einmal nicht so gut geeignet. Man kann natürlich auch hier mal feuchte Wäsche reinhängen, aber das Problem an der ganzen Geschichte ist, da habt ihr natürlich die Feuchtigkeit irgendwann im ganzen Wohnmobil. Das wollen wir ja im Wohnmobil absolut nicht haben. Deswegen trockne ich meine feuchte Wäsche, Schneeanzug, Hosen, Jeans, egal was ihr im Hintergrund dran hat, hier in der Toilette. Werden sich manche fragen, was macht der hier in der Toilette? Ja, es ist tatsächlich so, es kann dann vielleicht in der Nacht ein bisschen unbequem werden, wenn man mal pipi muss, weil dann sitzt man nämlich da drin und es wird ein bisschen eng, aber ich zeige euch jetzt gleich, wie es geht. Ich habe hier idealerweise oben ein Fenster und ich habe hier unten, wie ihr seht, eine Austrittstüse von der Truma-Heizung. Und das sind die zwei wichtigsten Sachen, die wir für diesen Lifehack unbedingt brauchen. Und was brauchen wir dann noch dazu? Eine Teleskop-Kleiderstange. Die gibt es beim Großen A, die gibt es bei Ebay, die gibt es manchmal auch in irgendwelchen Baumärkten, gibt es dann teilweise gleich im Zweier-, Dreier- oder Viererpack. Ihr müsst selbst entscheiden, wie viel Wäsche bzw. Kleidungsstücke, dass ihr in euren Urlaub habt, die befolgt wird, wenn man natürlich eine ganze Family ist, mit zwei, drei, vier Schnee-Ski-Anzügen und was weiß ich, was da noch alles mit dazukommt, dann bietet es sich natürlich an, damit man mehr solche Kleiderstangen kauft. Die sind nicht teuer, ich habe jetzt für diese Kleiderstange 9 Euro bezahlt. Bei uns reicht in dem Fall eine, aber wie gesagt, ihr könnt natürlich auch mehrere reinmachen. Es kommt natürlich auch immer auf die Größe von eurer Kammer an, von eurem Bad, wie viel das hier reinmacht. Ihr müsst dann auch schauen, wie breit ist mein Raum. Ich habe jetzt hier eine, die ist glaube ich 85, weil mein Bad ist glaube ich 80 breit. Ich weiß aber jetzt nicht genau, dass wir berichtigen, wenn ich falsch liege. Also reicht mir diese Kleiderstange vollkommen aus. Diese Teleskop-Gleiderstange, die baue ich jetzt mal in meinem Bad ein und dann zeige ich euch die ganze Funktion. Es ist komplett einfach, aber trotzdem genial. So, jetzt setze ich hier mal oben mein Badezimmer bzw. meine Toilette und die Teleskop-Stange, die muss jetzt hier quasi so rein. Es ist eigentlich total einfach. Ihr setzt sie einmal hier an und dreht sie dann hier an der Seite eigentlich nur so lange, bis sie an der anderen Seite ankommt. Ja, mal schauen, dass wir es einigermaßen gerade hinbringen. Und dann dreht sie das Ganze immer weiter. So, und dann zieht sich diese Teleskop-Stange richtig fest zwischen den Wänden und dann ist diese Stange fest, ja. Also ihr seht, da kann man schon ganz schön das Gewicht ranhängen, ja. Das ist, was ihr mal fiktiv einfach reingemacht, damit ihr das ungefähr seht, wie das Ganze ausschaut. Und jetzt könnt ihr hier eure Kleidungsstücke ranhängen. Wichtig ist, sagen wir mal abends, wenn ihr dann zum Beispiel reinkommt von der Skitour, habt ihr ein, zwei nasse Schneeanzüge oder so, dann macht ihr erst hier euer Fenster erst am oben auf. Das versteht sich für selber. Das macht man natürlich in der Regelfall davor. Aber dann ist es einfacher, ihr macht es wichtig, das Fenster muss da oben offen sein, wenn es eure Kleidungsstücke da reinhängt. Das ist ganz wichtig. Ich darf auf keinen Fall zu sein. Fenster aufmachen, Fliegengitter zumachen, dann ist schon mal das erste gemacht. Eure Stange habt ihr jetzt auch drin. Das ist schon mal wichtig. So, dann seht ihr hier unten. Meine Luft-Ausdienst-Düse ist jetzt hier unten. Bei euch wird sie wahrscheinlich dann woanders sein. Ihr müsst euch halt suchen. Wie gesagt, da müssen wir ein bisschen improvisieren, da müssen wir ein bisschen schauen, wo sind die Gegebenheiten in eurem Wohnmobil am besten. Bei mir ist jetzt eben hier die Luft-Ausdienst-Düse, diese Kappe, die kann man nach hinten wegschieben. Die mache ich jetzt einfach mal weg und mache dann quasi hier diese Luft-Ausdienst-Düse voll auf. Seht ihr, ich schaue mal so, dass ihr am besten nach hinten seht. Das ist nämlich, die Düse ist jetzt hier voll offen. Das heißt, die Luft kann jetzt hier komplett ausströmen, wenn geheizt wird. Durchströmt den ganzen Raum und geht dann oben wieder durch das Dachfenster raus. So, ihr nehmt jetzt eure feuchte Wäsche und hängt das einfach hier ran an den Geilerbügel. Das ist jetzt fiktiv, einfach irgendeine Jacke. Und hier hängt ihr dann quasi eure ganze feuchte Wäsche hin. Wie gesagt, und jetzt kommt es eben, wenn es in der ganz, ganz viel Wäsche hängt, man müsste nachts mal pipi, mein Gott, da muss man halt da reingehen, muss man die Wäsche ein bisschen zur Seite drücken. Da kann man sich immer hinsetzen. Das ist natürlich klar, dass in einem Wohnmobil nicht immer alles so hundertprozentig bequem ist, wie man das zu Hause im Haushalt hat. Man muss halt immer ein bisschen Abstücke machen. Aber mit dieser Möglichkeit habe ich meine Wäsche bis jetzt am besten getrocknet, meine Feuchte. Und da haben wir ja quasi hier das Klo, also die Klokabine voll ist mit feuchter Wäsche, hier unten seht ihr die Luftaustrittsdüse, schließt man hier die Tür, zack, und schaltet über Nacht die Heizung leicht ein. Wenn es euch im, wenn es hier zum Beispiel Kallschläfer seid, dann müsst ihr halt eure sämtlichen Austrittsdüsen, die ihr sonst im Wohnmobil habt, seht ihr es bei mir, hier eine oder hier eine. Und dann auch hier im Schlafzimmer, die habe ich meistens sowieso zu, weil da drunter ist die Heizung. Man stirbt da, wenn ihr wirklich längere Zeit lauft, dann wird das ganze Bett so warm. Es ist ein bisschen konstruktiv blöd gelöst hier beim Etrusco. Ich hätte die Heizung eher hier reingebaut, unter die Sitzfläche, aber da ist der Abwassertank. Hätten wir aber konstruktiv alles ein bisschen anders lösen können. Ist halt jetzt so, ist kein Problem. Macht eure ganzen anderen Heizungstüsen zu. Und jetzt habt ihr sehr gute Leistung hier im Bad. Die Luft, die warme, strömt nach oben durch die Wäsche durch. Die Feuchtigkeit wird mitgenommen und kommt oben quasi durchs Dachfenster raus. Das dauert meistens zwei, drei Stunden, dann ist die Wäsche schon merkbar trockener. So trockne ich meine feuchte Wäsche im Wohnmobil. Es gibt in Zukunft noch ein paar weitere Winter-Lifehacks. Es gibt demnächst auch ein gutes Video zum Diebstahlschutz, zu einem relativ tollen Diebstahlschutz. Werde ich euch alles die nächsten Wochen vorstellen hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, ich konnte dem ein oder anderen ein bisschen helfen mit diesem kleinen Tipp von der selbstgebauten Trockenkammer, des selbstgebauten Wäschetrockners im Wohnmobil. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, abonniert mich, sagt zu meinem Kanal weiter, gebt mir ein Like nach oben. Und wenn ihr Fragen habt, dann einfach immer unter das Video. Ich wünsche euch, was macht es gut. Ciao, bis zum nächsten Mal.